Die vier kleinen Autos Das ist ein kleiner Laster. Er hat Partyhüte mitgebracht. Und hier kommen die kleinen Autos. Sie haben Geschenke für das rote Auto dabei. Lasst uns die Hüte aufsetzen. Eins, zwei, drei. Und die Geschenke aufmachen. Was ist in der blauen Schachtel? Ein Waggon. Und in der orangefarbenen Schachtel? Eine Lokomotive und ein Schlüssel. Und was ist in der grünen Schachtel? Noch ein Waggon. Wenn wir sie aneinanderreihen, haben wir einen Zug. Und die großen Baufahrzeuge werden eine Zugstrecke bauen. Date in derrepresenteden Schachtel? Jetzt kommt die Zürich. Die vendo ist ein Schachtel? Nous gehen jetzt an. Ich arbeite zu haben. O10 bis gut. Aber alscelule. Und dann checken kann ich diesenгоpte. garments ein78mmen. Gut. Dann буду ich unterschieden. Und im Moment. V recherchieren ich das dazu. V ruhen. Und ich wünsche dir etwas Ding. Fertig! Lasst uns den Zug aufziehen. Los geht's! Auf Wiedersehen!